Sagen Sie mir eins. Was wissen Sie über Wakanda? Dritte Weltland. Bunte Farben, Schafhirten, coole Outfits. Alles Quatsch. Entdecker haben danach gesucht. Nannten es Eldorado. Sie suchten danach in Südamerika. Dabei liegt es in Afrika. Ich bin der Einzige, der es gesehen hat und mit dem Leben davon kam. Ich kann euch sehen. Die Welt ändert sich. Bald wird es nur noch die Eroberten geben. Und die Eroberer. Du bist ein guter Mann. Mit einem guten Herzen. Und es ist schwer für einen guten Mann, ein König zu sein. Black Panther. Untertitelung des ZDF, 2020